Feiner Flächenspachtel. Zum Glätten vor dem Streichen und Tapezieren gebrauchsfertig. Naturweißer Feinspachtel für Schichtstärken von 0 bis 3 mm, auch auf alten Fliesen. Schnell trocknend, nach anderthalb Stunden schleifbar. Für Spachtelungen Q1 bis Q4. Das Produkt ist mit dem Emicode EC1 Plus ausgezeichnet und daher sehr emissionsarm. Für nachhaltiges Bauen und Renovieren. Glätten eines rauen Wandputzes. Feiner Flächenspachtel mit rostfreiem Stahlglätter dünnschichtig aufkratzen. Anschließend frisch in frisch in gewünschter Schichtdicke auftragen und flächig abziehen. Vereinzelte Kellenschläge nach dem Trocknen abschleifen. Überspachteln eines alten Fliesenbelages. Zunächst oberflächenbündig bis zur Füllung der Fugen aufziehen und trocknen lassen. Danach feiner Flächenspachtel in gewünschter Schichtdicke auftragen. Überspachteln alter Fliesenkleberreste. Auch hier in einem ersten Arbeitsgang oberflächenbündig bis zum Ausgleich der Unebenheiten aufziehen. Nach dem Trocknen feiner Flächenspachtel in gewünschter Schichtdicke auftragen. Überspachteln eines Strukturputzes. Praxistipp. Unter Zusatz von Abtönpaste ist feiner Flächenspachtel auch für das Erstellen von farbigen Dekorschichten geeignet. Lugato steht für Markenprodukte in höchster Qualität, Gelingensicherheit und Dauerhaftigkeit. Lugato fürs Leben gemacht.